Willkommen zu einem weiteren Video, es ist ein neuer Trailer rausgekommen zu Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli Der heißt, gestaltet ein individuelles Abenteuer in Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli Und wir schauen uns den jetzt mal an Ich bin sehr gespannt, weil vor kurzem kamen erst die neuen News durch Pokenchi raus Die ich euch im Video vorgestern oder gestern, ich weiß es nicht, ich glaube vorgestern war es Im Video vorgestern habe ich euch die News gezeigt Und ja, heute gibt es einen neuen Trailer, was sehr interessant ist Denn dort werden wir wahrscheinlich auch einiges sehen, was vorgestellt wurde Also die neuen Attacken wahrscheinlich und diese neuen VR-Möglichkeiten I don't know, wir schauen uns einfach mal an, was uns der Trailer hier alles mitgibt Ich bin sehr gespannt So, Pokémon Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu Und ja, wir sehen uns hier direkt Wir können jetzt mithilfe von Pikachu surfen Das, ja, habe ich ja gestern im Video schon angesprochen Jetzt haben wir noch ein paar mehr Szenen davon Reise mithilfe von Geheimtechniken Ja, Evoli kann zur Schneider, obwohl er die Attacke gar nicht braucht Dann haben wir hier noch, what the fuck is going on? Luftballons? Okay, wir können also fliegen mit Luftballons? Das ist saukomisch Erkunde Prismania City Die hat das, ähm, was ist das für ein Trailer jetzt wert? Okay Aber überall sind die Japanische Zeichen drauf, okay Und, ah lol, in Prismania City selber laufen auch noch Pokémon rum, oder wie? Ist das richtig? Ja, das ist nur ein Pokémon von einem Trainer ja wahrscheinlich Interessant Ja, Prismania City können wir erkunden, das ist natürlich schön Arena-Leiterin Erika können wir auch herausfordern Ziemlich cool Nice Finde ich geil Ja Erkriere besondere Partnerkräfte Was? Partnerkräfte? Partnerkraft? Ist das ein neuer Z-Move, oder was ist das? Okay, wir haben neue Z-Move Oder sowas Hä? Partnerkräfte? What the fuck is going on? Okay Ähm Ich komm grad gar nicht drauf klar Es gibt jetzt Partnerkräfte Für den Joy-Content Das Oh mein Gott Oh mein Gott Könnt ihr euch noch An die Leakliste erinnern Die ich euch vor ein paar Tagen gezeigt habe Wo ich selber gesagt habe Das könnte stimmen Alter Die Leakliste ist real Die Leakliste scheint real zu sein Okay Leute Das ist jetzt richtig krass Ich hab euch vor Wenigen Tagen Eine kleine Leakliste gezeigt Kurzer Einspieler mal ganz kurz Beziehungsweise ich will mal ganz kurz die Seite raussuchen So Leute Timo ist jetzt auch hier mit am Start Der gute Razor Hallo Ähm Hier Ich hab ja Die Leakliste letztens gezeigt Und hier stand ja Powerful Moves can be motion controlled and unleashed with Joy-Cons Trailer coming for those on the 6th Okay Und das Ding ist ja Dass am 6. Keine Es kam ja keine Direct Kein Garnis Am 6. 7. Und dass deswegen Wahrscheinlich der Trailer auch verschoben wurde Und in diesem Trailer hier Wird uns einfach eine neue Kraft gezeigt Die man mit Motion Control freisetzen kann Alter Noch nicht noch nicht Ich hab dir noch nicht Muss ein bisschen näher kommen Passiert noch voll viel Heftiges Passiert noch voll viel Heftiges Hier Wird dann wahrscheinlich wohl real sein Wenn Also wahrscheinlich Also nicht zu 100% Aber so wie es aussieht Scheint die real zu sein Und Das heißt wir werden uns dann nochmal In einem weiteren Video irgendwann drum kümmern Um diese Liste nochmal Um das genau zu untersuchen hier Ähm Aber das ist jetzt krass Also die Leakliste hatte mit dem schon mal recht Das find ich echt heftig Okay Ähm Besondere Partnerkräfte Okay Ja das hab ich ja eben schon gesehen Dann Evolis Partnerkraft Ja aus dem Kassar Ja wollte ich gerade eben auch sagen Okay Exklusivattacken Platschersurfer Das kann der paralysieren Pass auf Blub Blubsauger Knisterlader In jeder Entwicklung Eine Skalattacke Flackerbratt Krass Und pass auf Und Blubsauger Ist wahrscheinlich so was Ein Gigasauger Bloß als Wasserattacke Heftig Alter Heftig Das ist krass Und da wird mir direkt Ein Metronom-Welt vorgeschlagen Mit dir Ähm Krass Ne heftig Heftig Sehr heftig Auf jeden Fall Finde ich krass Dass wir hier Ähm Wirklich diese Motion-Controller-Attacks haben Wie ich das in den letzten Leak Euch gesagt habe Alter Heftig Finde ich echt krass Und ähm Ja schreibt gerne in die Kommentare Was ihr von diesem Trailer hier haltet Ich bin gerade ein bisschen geflasht Dass die echt recht hatten Mit dem Motion-Controller-Leak Also Da bin ich echt ein bisschen geflasht Ähm Schreibt gerne in die Kommentare Was ihr davon haltet Bis zum nächsten Mal Bis dann Und Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020